Ich saß zwei Stunden im Knast und du hast mich nicht rausgeholt. Ich verstoße dich. Ab wann gilt das? Das tritt, nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Gut. Das Kind bleibt bei mir, denn Hauptsache Alessio geht's gut. Anni. Ja, dir auch, wem auch immer. Warum tust du mir das an? Damit dieser wahnsinnig langweilige Plot endlich ein Ende findet. Von wem ist er eigentlich? Von Tane. Tane? Nie gehört. All by myself Don't wanna be All by myself Anymore All by myself Don't wanna be All by myself Anymore Ach, Rollo. Nun wohne ich wieder allein, hab Mann und Kind verloren. Aber immerhin hältst du noch zu mir. Und die Moral von der Geschichte? Am Ende gewinnt der alte, weiße, privilegierte Mann und die Frau nicht. Aber das mag ein Problem meiner Zeit sein. In 120 Jahren wird die Welt da sicher schon weiter sein.